Habt ihr mal im Wald gebumst? Nee, ich hab noch nie einen seltsamen Ort. Mein erstes Mal war im Wald. Wie alt willst du sagen? 17. Gutes Alter finde ich. Ist mir scheißegal, wie du das findest. Ich will auch sein scheiß Glas dabei angucken. Warum? Was soll das? Das war so safe ein Clip. Einfach diese Story, die so mittel okay läuft und dann einfach sehen, was ist denn da scheißegal? Ich bin geschockt. Das war ja so geil.